Hallo und herzlich willkommen. Heute hier bei mir im Garten. Es ist sehr, sehr warm und ich möchte ich euch gerne mal zeigen, was man so mit Pfefferminz-Sirup anstellen kann. Hier habe ich meinen selbst gemachten Pfefferminz-Sirup. Den habe ich dann eingeweckt. Somit habe ich dafür den ganzen Winter Vorrat. Dann brauche ich ein bisschen Sekt und ich habe ein paar frische Minzblätter. Jetzt ganz schnell und ganz einfach etwas Pfefferminz-Sirup ins Glas. Sekt dazu. Etwas frische Minze dazu und wir haben ein herrliches Sommergetränk. Das Ganze gibt es natürlich auch ohne Alkohol, denn wie bekannt ist, gibt es ja auch alkoholfreien Sekt. Jetzt sage ich zum Wohl. Danke fürs Zuschauen. Lieben Gruß. Hoffentlich hat euch die kleine Anregung gefallen, auch gerade wenn mal Gäste da sind. Bis bald. Tschüss.